Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 mit mir, dem Partypnoex und dem Chor. Wir spielen heute MDM004 und wir sind mal gespannt, was hier passiert. Ja, nach der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir relativ zügig immer sind. Alter, ist das ein Laser? Das blitzt so. Ja. Ja. Oh, ist offen. Solange ich hier drauf stehe. Ja, aber ich komme trotzdem nicht rüber. Ne. Was passiert denn, wenn wir den Laser da oben? Ja, wollte ich gerade sagen. Ah, der Dings ist ausgegangen. Ja, warte mal. Lass mich mal da durchgehen. Ja. Okay, hier brauchen wir einen Block. hier kann ich ja nicht rein okay hier ist oben eine wand die uns aber herzlich wenig hilft okay sonst noch irgendwo ein laser wo es hin muss den ich so erreichen könnte außer der dann brauchst du hier musst du hier dran ja dann müssen wir wahrscheinlich erstmal diesen emanzipations laser deaktivieren der hier ist das war ich hiermit was passiert hier ach da hinten geht der emanzipations laser aus okay also hier das bringt uns auch glaube ich nix aber hier was ist das hier scheinen die würfel zu sein hier müssen wir auf jeden fall das ding aktivieren dann kommt hier noch mal so ein band raus also hier ja ja so jetzt ist das problem hier geht was auf du kommst nach hinten jetzt muss ich wahrscheinlich dir hier was auch machen ja jetzt ist es auch jetzt müssen wir das exaktivieren was passiert denn hier ah du kannst da hoch okay ja was passiert jetzt ich habe ein teil von dem würfeln hier ist noch ein knopf warte mal ja der erste würfel kommt raus erste würfel kommt raus das ist sehr gut okay was das nächste was du da machst was ist das ja das ist nur die hier rüber komme ich leider nicht noch nicht okay da müssen wir erstmal das schräge ding aktivieren da bekomme ich denn von hier aus zurück und die warte mal kann mich hier nirgendwo hin porten okay was öffnet das ja jetzt gar nicht wieder hier unten zurück aber hier ist weiß weiß was kurz zerstört jetzt bin ich wieder bei dir okay wir müssen da irgendwie rein dafür brauchen wir einen würfel hier dann haben wir doch alter du hättest da bleiben müssen und ist da bleiben müssen immer wieder dahin und dann was passiert dann ja 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 okay hier ist offen größer so was passiert hier der zweite fahrstuhl ja gut dann bleibt da jetzt bin ich bei dir okay hier geht's automatisch hoch hier müssen wir beide sein um den anderen würfel zu kriegen okay können wir ja wieder runter so was passiert da nichts wie es aussieht was passiert hier was gibt es hier noch schönes da brauchen wir eine strecke okay was passiert denn da was sind da für zeichen drauf viereck ach so und ein punkt ja und habe ich noch nicht gesehen muss ich ganz ehrlich sagen guck mal vielleicht ist irgendwo vorne was passiert hier ist nichts passiert so wie es aussieht warte mal hol mal die würfel hier rüber weil der emanzipationslaser ist jetzt aus dann können wir die da drüben reihe der punkt ist da oben okay ich habe den punkt gefunden ja okay da oben haben wir ja alles gemacht okay dann geht da der emanzipationslaser aus was ich noch nicht weiß was das bringt alter bleib doch mal da drauf jawohl gucken wir dem korn mal ein bisschen zu beim werkeln so da brauchen wir wahrscheinlich das laserband für ja jetzt musst du wahrscheinlich wieder in dem raum um mich hier oben aufmachen ah ja okay ja 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 das war da und da und ich ne ach hier war das hier war das ja genau hier war das so was habe ich davon rein gar nichts wir können den cube mit dir rüber nehmen das haben wir davon und können den cube hier drauf stellen aber was bringt uns das und den cube dann hier rüber zu werfen da rein zu werfen also wo kriegen wir den nächsten cube her ah warte mal ok immer zurück aktivieren wir mal den emanzipations ding hier ein cube nehme ich mit du musst die cubes nur wechseln ah ich verstehe ja das ist gut aber so kriegen wir keine emanzipations laser doch doch mal jetzt wieder zurück jetzt gehst du zurück machst mir wieder auf ich wechsel den cube ja damit ich wieder mein laserband habe jetzt gehe ich wieder zurück und wechselst den cube alter nein nein du musst den cube nein scheiße nein fuck ich komm nicht hin du musst den cube wieder wechseln du musst den wechseln stimmt und dann wieder wechseln weil meine dinge sind ja da meine portale jetzt kannst du wieder passt so dann legen wir den cube darüber ich finde das so heftig da erschreckt man sich jetzt musst du mir den laser da oben hingeben das ist ja kein problem dadurch ist der emanzipations laser da ausgegangen rechts auf der rechten seite ok nimmst du den einen würfel mit hier vorne hin irgendwie jetzt ist bei mir offen und ja das war der andere genau so jetzt jetzt ist das bei mir offen also hier das da ja warte mal der laser wir brauchen den laser genau das kann ich ja jetzt warte mal das ist der so jetzt ist das hier angegangen das ist perfekt das ist doch perfekt ja warte ja das war's ne ja wir sind viel zu gut ja das ist die folge dauert bisher neuneinhalb minuten ich würde mal so sagen wir hängen einfach noch eine testkammer dran ja genau das ist das war ok lautarus koop 8 die sah verdammt groß aus die map ne aber so wirklich krass fordernd war hier nichts bei ok was passiert hier was machst du denn da was denn ja komm mal mit ah ok dann geht es hinter uns zu hier bekomme ich einen laser ok hier geht ein band auf was passiert hier da geht ein anderes band auf ach du scheiße wait what hast du einen würfel ne ne ist ja nicht kannst du irgendeinen knopf drücken hier bekomme ich einen strahl ja warte mal geht da bei dir auch an guck mal ne ist da bei dir auch ein strahl ne jetzt ja fast da damit musst du mir den würfel geben wenn du einen dann hast hier ist ein laser aber hier kann ich mich irgendwie noch kann ich geschwindigkeit aufnehmen ich weiß ah doch ja ich weiß wie wo ich vielleicht hin kann zack wupp ok jetzt bin ich hier oben zack 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 ich habe einen würfel ich auch ach du auch ja ich habe so ein dingens würfel hier laser würfel ich auch ja ok ok was aktiviert sich da naja ich habe ich treffe noch nicht alle weißt du hast doch eine weiße wand jetzt kannst du mir das rüber geben ja nee ich kann keine portale an die wand machen das ist doch eine weiße wand ja geht aber nicht guck auf dachte ich eigentlich ja auch was passiert hier passiert gar nichts ok ah warte mal warte mal gib mir mal beide äh kann ich nicht doch kann ich wohl dann sowohl dann musst du den würfel schon da reinlegen ne du musst mal gehen auf deinen knopf bitte drauf ja und dann ne das ist der erste knopf hast du nicht noch woanders einen anderen knopf nein gib mir den mal rüber ja nee er ist auf den ersten stellen wo das ding nach oben fährt warte und dann ja da reinschmeißen da ist eine wand noch gewesen ach so okay ah das war nicht schnell genug ah jetzt kommt er an ok geh runter warte mal so oh das ist ne ey das ist ne reflektoren das ist ne reflektoren du musst noch ein bisschen weiter nach rechts guck mal das ist fast bei mir auch dran warte neun stück nach links links weiter neun stück neun stück neun stück neun stück neun stück ja jetzt kann ich rüber ne ne nein ich kann rüber du hast da ein Ding ins neun stück neun stück neun stück neun stück neun stück neun stück Du hast auch geduckt. Was ist das denn? Wie geil. Ah, zum Boosten. Warte mal, bleib mal da drauf stehen. Warte. Ah nee, nicht zum Boosten. Vielleicht geht's auch zum Boosten. So, hier ist ein Knopf. Was passiert? Drück nochmal. Auf Zeit. Ah, hier drüben musst du drauf. Also den Knopf müssen wir gleichzeitig drücken. Was passiert hier? Ah, da geht mir das Ding hoch. Ah ja, siehst du, da musst du... Da müssen wir gleichzeitig auf den Knopf drücken. Damit das Band aufgeht. Wahrscheinlich. Okay. 3, 2, 1, los. Ist aus. Aber nur auf Zeit. Oh nee, ne? Ich hab's voll vercheckt. Jetzt. Ich wurde woanders hingeschickt. Geh ich's wieder am Band. Ja. Bist du da? Ja. Hier sind Knöpfe. 3, 2, 1, go. Alter. 3, 2, 1. What? Was passiert? Hier geht ein Laser auf. Aber ich kann mit dem nichts anfangen, weil ich brauche ein Laser Cube. Und kriege ich den Laser Cube her. Oh. Den Knopf. Du musst den Knopf drücken hinter dir. Ich bin am... Ach so. Ach, da ist noch ein Knopf. Ja. Ah. Ich kann nicht gesehen. Oh, hör mal auf zu schießen, du Kacktal. Danke. Au, au. Jetzt kann ich. Ich muss weitergehen. Jo. Toll. Du wirst ja schneller drauf. Du musst mit Anschwung abspringen. Ja. Hier geht's auch. Und jetzt? Zerstör dich. Oder versuch rüber zu springen. Geh doch. Oh, nee, ne? Au, 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 au. Geh mal weg. Ah, dein Deck ist noch einer. Ja. Scheiße. Geh einen nach dem anderen. Okay, es hat nicht geklappt. Nein. Oh, da sind ganz viele, Alter. Ja, ne? Nein. Oh. Wir verkacken gerade voll. Ach, Quatsch. Alles gut. Oh, ich hoffe, mich wird geschossen. Was machen die Knöpfe? Da. Speed durch, okay. Simple as hell, tschüss. Ey, die haben mich getroffen. Ja, mich auch, glaube ich einmal. Oder auch nicht. Okay. Aber Knopf drücken. Okay. Und da kann ich da rüber. Das sind jetzt rüber. Ja. Oh, du machst mir die andere Seite. Ja, okay. Da ist eine weiße Wand aufgegangen. Oh. Oh, das war auch knappi. Oh. Alter. Sieht krasser aus, als es es ist. Oh, jetzt kommst du hier rüber. Okay. Hat er hoch. Und jetzt? Was ist das? Geh nochmal runter. Ach so. Warte. Was jetzt? Ah, jetzt machst du das mit der weißen Wand. Oh nein, jetzt muss ich mich da rüber schicken. Ach du Highland, ey. Das kann ja was geben. Ach so. Da muss ich zugucken. Da muss ich rüber. Ja, da muss ich springen und an die Wand unten dran schmeißen. Ach so. Da rechts. In der dunkelblauen. Wow. Alter, war das knapp. Du musst jetzt höher. Okay, ich muss. Ja. Okay, wieder das gleiche. Ja. Dann musst du auf die linke Seite. Ah, auf den da, ne? Nein, 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 nein. Ach da. Genau. Beide Knöpfe drücken. Jetzt musst du das... Geht auch nicht wieder aus. Ja. Du musst jetzt einmal da rüberspringen. Da komm ich doch. Warte mal, ich muss mal ein bisschen höher. Ja. Okay, hier ist ein Checkpoint sozusagen. Oh. Krake. Ah, da musst du von unten... Äh, von oben rein, sozusagen. WTF? Was denn? Hä? Hä? Und jetzt? Keine Ahnung. Warte. Warte. Ah, ich weiß. Ah, ich weiß. Dass ich da oben drauf lande. Ja, okay. Und unter mir natürlich noch eins, ne? Also warte, so. Jo. Jawohl. Jetzt brauche ich einen Laser. Kann ich dir besorgen. Ja, mach den mal da hinten hin. Ja. Ja. Scheiße, dass du spiegelverkehrt. Äh. Setzt das Portal mal irgendwie anders, weil das trifft nicht. So? Nee, auch nicht. Aber wo soll es denn überhaupt hintreffen? Hier ist so ein Ding. Noch ein bisschen. Noch weiter kann ich nicht. Das ist ganz weg. Nee, nicht nach rechts, sondern nach hinten, na. So? Andersrum. Genau die andere Richtung. Warte mal. Muss. So? Nee, mach mal dein erstes Portal irgendwie ein bisschen so, weiß ich nicht. Das muss weiter runter, der Strahl. Guck mal bei mir. Siehst du das? Mach nochmal, zeig nochmal. Ach so, okay. So? Nee. Nee. Jetzt. Gut. Aber ich würde es noch ein bisschen höher setzen. Weil das geht so irgendwie komisch buggy durch die Wand. Siehst du das? Wieder aus. Ein bisschen. Ja. Perfekt. Du kannst da nicht dran ballern, ne? Na, geht ja auch alles weg, wenn ich jetzt was da dran baller. Du musst das machen. Ja, ich kann auch nicht. Ich kann hier nicht weiter. Doch, doch. Du musst jetzt wieder runter und musst Gas, äh, Anschwung holen. Weil du musst hier oben rein, da. Da hätte ich, glaube ich, als erstes reingemusst. Ja gut, dann müssen wir, dann musst du jetzt halt als erstes da rein. Ist ja auch nicht schlimm, denn meine Portale, äh, wir können ja die Portale immer wieder setzen. Okay. Aua. Klatsch. Warte, ich versetz das mal gerade. Das war scheiße. Und go. Ist genau spiegelverkehrt. Kannst du die Portale andersrum setzen? So müsste es dann eigentlich gehen. Ist von hier aus dann mit Tätige. Katsch. Fast. Fast fast drinne. Ja, warte. Ja. Ich muss, glaube ich, das erste Mal dagegen klatschen. Wieder hoch. Runter. Und dann, äh, nee, doch nicht. Jetzt. Jo. Perfekt. So, und wenn ich jetzt den Ding da oben reinschmeißen kann, ja? Mach mal. Den Laser. Da komme ich ja gar nicht dran jetzt, oder? Glaube nicht. Äh, wie soll denn das gehen, bitte? Ah, doch, 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 nein. Nee, doch nicht. Geht auch nicht. Krake. Mein Gott. Und da unten triffst du es nicht, ne? Äh, 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 da ist eine Scheibe vor. Ach, warte mal. Hä? Boosst du dich doch selber hoch. Kannst du doch. Boosst du dich selber hoch. Wo hoch? Wo hoch? Hier? Hier? Ja? Ja, stimmt. Kann mich selber hier hoch boosten. Obst, ich bin Trottel. Äh. Ach so, da muss ich. Ja, okay, ich hab's verstanden. Oh, falsche Seite. Voll dunkles jetzt zu machen. Hä? Muss höher zielen. Und früher schießen. Voll drunter geknallt. Nee, ne? Na, ich hab das Portal scheiße gesetzt. Ja. Das Dunkle. Oh, das Fall. Ja. Perfekt. An die Wand schießen. Links. Da kannst du durchschießen. Ja, stimmt. Zack. Und dann kommst du runter. Hopp mal, dass es die richtige Ausrichtung ist, ne? Aber das können wir ja dann justieren. Genau. Jo, perfekt. Ey, nee, das andere Ding wird nicht getroffen. Du musst weiter runter. Jo. Okay. Alter, das geht immer noch weiter. Das ist der Raum, wo wir vorhin waren. Ja. Ah, dadurch haben wir hier unten Schleimbooster. Ich glaube, wir müssen hier runter, weil wir das Ding aktiviert haben, haben wir hier Schleim da hinten. Ja. Okay. Wir müssen da hoch. Das heißt... Oh, sorry. Mach deins nochmal. Klatschen wir jetzt dagegen? Ja. Nee, wir springen dann da hoch in der Mitte. Oh, nee, ne? Ja. Da ist ein Plus. Jawolleck, bolleck, ey. Ja. Ja. Lautaros Coop 8 von Lautaro, ne? War schon schön. Gib mal erstmal einen Daumen hoch. Jawohl. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Portal 2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.